Hallo liebe Moviepiloten, ich wollte euch eigentlich ein Ranking-Video aufnehmen. Ich hatte eine super Idee für ein Ranking-Video. Und dann ist was passiert am Wochenende. Wir haben die ersten Bilder zur Live-Action-Serie von One Piece bekommen auf Netflix und ich... Nein, 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 ich kann das nicht unter den Radar fliegen lassen. Das ist persönlich, okay? This means War. Das Ranking kriegt ihr immer noch, wahrscheinlich nächste Woche. Ich sag euch auch nicht, worum es geht, weil... Show-Business, oder? Ihr müsst selber raten. Ja, jetzt spreche ich über One Piece, die Netflix-Serie, oder zumindest das, was uns bisher so enthüllt wurde. Deswegen, ja, an dieser Stelle, es kann zu Spoilern kommen, was One Piece im Gesamten angeht. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und ich glaube, damit wurden alle deslammer deslamt. Legen wir los. Okay, ich spreche nicht häufig auf diesem Kanal über Anime, weil ich bin nicht der größte Anime-Mensch. Ich hab hier und da ein paar geguckt. Aber vor zwei Jahren... Und das ist ein super Stichpunkt. Das ist ein super Stichpunkt. Stichwort. Ich habe vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass Netflix sich an Cowboy Bebop herantraut. Und Cowboy Bebop ist mein Lieblingsanime. Ich habe diese Serie inhaliert. Das ist für mich Kunst. Dann kam Netflix raus, hat gesagt, oh, wir machen Live-Action. Ja, natürlich machen wir eine Adaption von etwas, was essentiell perfekt ist. Weil Gründe. Ja, und der Mist ist eh schon wieder gecancelt, weil... Scheiße war das schlimm. Und jetzt haben wir tatsächlich... Wir haben tatsächlich eine Live-Action-Adaption von One Piece. Und ich finde es auch witzig, dass Leute immer wieder sagen, wir freuen uns so, wir freuen uns so. Und dann sehen sie das Material und dann freuen sie sich nicht mehr. Kurz meine Historie abreißen zu One Piece. Ich habe früher in der Grundschule die Dragonball-Bände gelesen, alle 42. Und als das vorbei war, glaube ich, war im letzten Band sogar eine Werbung für One Piece. Da stand, es gibt ein Leben nach Dragonball. Und es war One Piece. Da habe ich angefangen es zu lesen. Ich habe irgendwann aufgehört, weil... Die hören nie auf. Es war irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum ich aufgehört habe. Es war mir einfach zu viel. Aber ich war ein Fan. Ich war ein Fan. Ich glaube, ich habe 70 oder so davon zu Hause. Irgendwo im Regal stehen 70. Ja, also... Ich bin versiert in der Lore von One Piece. Das heißt, hier spricht ein ehemaliger großer Fan. Und jetzt haben wir das erste Footage zu One Piece. Together we'd make a pretty good team. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Okay. Das Problem ist... Das muss ich einfach sagen. Das Problem mit diesen Live-Action-Adaptionen ist folgendes. Manche Sachen, die eignen sich nicht für Live-Action. Die sind einfach nicht dafür gemacht. Wenn man ein Anime hat, ist alles ein bisschen überzeichnet. Hat alles einen ganz bestimmten Humor. Der aber auch zu diesem Zeichenstil passt. Gleichzeitig nimmt es sich sehr ernst, wenn es sich ernst nehmen muss. Und das zu adaptieren mit echten Menschen ist verflucht schwer. Entweder macht man ein loses Remake. Das bedeutet, man nimmt sich ein paar Plot-Beats. Macht aber irgendwie eine eigene Note draus. Damit die Menschen halt immer noch aussehen wie Menschen. Und das so ein bisschen geerdeter ist. Oder man macht das, was Netflix mit Cowboy Bebop gemacht hat. Und zwar, sie schmeißen ein paar Cosplayer auf die Bühne. Und alles, alles wirkt billig. Es wirkt billig, weil Menschen sich nicht so benehmen wie Anime-Figuren. Und genau das sehen wir jetzt. Wir sehen tatsächlich Ruffy. Wir sehen Zoro. Wir sehen Nami. Und alles sieht so clean aus. Alles sieht so geputzt aus. Es fehlt diese Texture, die es tatsächlich gibt in diesem Anime. Gleichzeitig probieren sie eins zu eins die Dialoge aus diesen Comics wiederzugeben. Und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich weiß, es sieht schön bunt aus. Und auch ein bisschen kinderfreundlich. Und auch diese, wie heißen die nochmal? Diese gigantischen Fische da auf dem Weg zur Grand Line. Die sehen aus wie im Comic. Das hat schon irgendwo einen Appeal. Aber es wirkt halt wie ein YouTube-Fanfilm. Ein teurer YouTube-Fanfilm. Und nach dem, was ich gesehen habe bei Cowboy Bebop. Cowboy Bebop wirkte unfreiwillig wie eine Parodie. Es wirkt so, als wenn sie ein paar Freunde treffen, sich wirklich Cosplayermäßig anziehen, wie die Cowboy Bebop-Charaktere. Und das jetzt filmen für YouTube. Aber da steckte ein fettes Budget dahinter. Und es war furchtbar. Weil Cowboy Bebop ist Kunst. Cowboy Bebop ist Jazz. Cowboy Bebop ist ein Genre-Mix. Und das kann man. Es gibt einfach die Grenzen von dem, was Live-Action kann. Und von dem, was Anime und generell Animationssachen können. Das wäre so, als wenn man König der Löwen nochmal verfilmt. Und sagt, wir machen das mit fotorealistischen Löwen. Fuck, das haben die wirklich gemacht, oder? Das ist genau das Problem, das ich auch mit diesen Adaptionen habe. Ich meine, gucken wir uns mal Scar an. Nur als Beispiel. Scar aus dem Original Lion King. Der hat ein komplett expressives Gesicht. So etwas kann man nur zeichnen. Und jetzt haben wir einen Löwen. Und Löwen, die doch fotorealistisch aussehen sollen. Die haben nicht so eine Variation in den Gesichtsausdrücken. Ein Löwe, der traurig ist, guckt so. Ein Löwe, der sich freut, guckt so. Ein Löwe, der ängstlich ist, guckt so. Und genau so ist es. Dann fangen die aber an zu reden. Und auf einmal denkt man sich, wow, das ist irgendwie... Das kommt aus dem Albtraum, oder? Und gleichzeitig probiert man Beat für Beat für Beat alles zu adaptieren. Ich meine, das haben wir jetzt mit diesen Live-Action-Disney-Nummern. Und das haben wir auch bei Netflix. Und das Problem ist, wir sehen halt auch hier schon, dass alle ersten sechs Hauptfiguren, das heißt Ruffy, Nami, Zorro, Lissop und Sanji... Das sind fünf Figuren. Wieso kam ich auf sechs? Keine Ahnung. Dass die schon alle vorkommen sollen in der ersten Staffel. Ich gehe aber davon aus, dass es wieder nur so acht Episoden sind. Das heißt, man wird wieder durch die Handlung rasen. Ich weiß noch, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, bis die alle versammelt waren in den Mangas, waren das zehn, circa zehn Bände, die je so dick sind. Das heißt, da sehe ich schon Fail. Und ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Cowboy Bebop damit endete, dass wir Ed eingeführt haben, in der größten Albtraum-Sequenz meines Lebens. Und dann hat man auch gesagt, okay, wir ziehen den Stecker. Das endet jetzt. Und ich sehe ganz genau, dass das passiert. Das Einzige, was ich sehen will, das Einzige, was ich sehen will, ich würde es mir schon fast wünschen, bevor diese Serie ihr ultimatives Ende findet, was sie finden wird, meiner Meinung nach, ich gehe davon aus, ich will einen Chopper sehen. Ich will einen Chopper sehen. Ich will das, das muss lustig aussehen in Live-Action. Das muss wirklich fürchterlich aussehen. Es muss aussehen wie der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Und genauso fühle ich mich. Ich gucke mir diesen Trailer an. Es ist komplett überleuchtet. Es wirkt absolut nicht realistisch. Was witzig ist, weil der Grund ja eine Live-Action-Adaption zu machen ist, um es ein bisschen realistischer zu machen. Und alles ist einfach nur falsch. Ich weiß auch nicht, ob ich hier zu streng bin. Ich frage euch, wie steht ihr denn generell zu diesen Live-Action-Adaptionen? Fandet ihr Cowboy Bebop auch so fürchterlich wie ich? So ungewollt cheesy, so ungewollt fake? Weil genau so sieht das bei One Piece aus. Ein weiteres Ding ist, diese Gum-Gum-Kräfte und diese Stretch-Kräfte, die sind halt so cartoony. Und die eignen sich erneut für Animationssachen. Ich finde, in Live-Action sah das noch nie gut aus. Nicht mal bei den Fantastic Four-Filmen. Und wenn wir nun mal einen Hauptcharakter haben, dessen Fähigkeit ist, das genau zu machen, sehe ich schon, dass ich mich die ganze Zeit bepissen werde. Und das sind meine Gedanken. Auch, dass sie diese detailgetreuen, mangamäßigen Frisuren reinbringen. Ich meine, ja, Zorro hat komplett grüne Haare. Und das ist seine reguläre Hautfarbe. Äh, Hautfarbe? Haarfarbe. Die ist ja nicht mal gefärbt. Ich glaube, die soll nicht mal gefärbt sein. Das ist einfach so. Weil im Anime haben Leute manchmal das als ihre natürliche Haarfarbe. Aber hier sieht das einfach random aus. Es sieht aus, als wenn du auf dem Karneval rumrennst und Leute sagen, wir sind verkleidet wie die Charaktere aus One Piece. Und das sind meine Gedanken. Ich finde das furchtbar. Ich finde es absolut furchtbar. Ich meine, ich werde es gucken. Ich werde da nun mal eine faire Chance geben. Und ohne Spaß, ohne Spaß, sollte ein Wunder geschehen, und die Serie ist tatsächlich gut und guckbar, springe ich vor eine Kamera, entschuldige ich mich und sage, Leute, dieser Trottel Eve, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Das war wirklich gut. Ich sehe es aber überhaupt nicht. Ich sehe, dass das ein weiterer Fail ist, der nach einer Season gecancelt wird. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu One Piece im Gesamten? Seid ihr noch up to date? Wisst ihr, wann die Nummer überhaupt enden wird? Ist ein Ende überhaupt in Sicht? Und freut ihr euch auf die Netflix-Adaption? Sieht der Cast so aus, wie ihr euch das gewünscht habt? Und steht ihr generell zu diesen ganzen Live-Action-Adaptionen von animierten Klassikern? Würde mich sehr interessieren, weil ich bin einfach kein Fan davon. Es gibt einen Platz für Animation und es gibt einen Platz für Live-Action. Und beides hat seine Stärken und Schwächen. Und die absoluten Stärken von Animation, da kommt halt Live-Action nicht ran. Genauso wenig, wie an die absoluten Stärken von Live-Action Animation niemals rankommen wird. Das sind meine Gedanken. Jetzt schreibt mir alles in die Kommentare, was ich euch vor ca. 30 Sekunden gefragt habe. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.